Wir haben eine sehr gute Reise nach Berlin gehabt. Wir haben uns getroffen um 10 Minuten für 9 Uhr am Bahnhof. Der Zug fuhr um 13 Minuten nach 9 Uhr. Die Fahrt nahm fünf Stunden, aber es füllte nur als zwei Stunden. Wir haben Modeplatte geredet, Karte und Pogo gespielt, Musik gehört, gesprochen, gegessen und viel mehr. Es war ganz gemütlich und die Stimmung war auch sehr gut. Wir sind in Berlin um halb drei Uhr gewesen. Wir sollten eine Weile gehen nach unserem Hotel. Das Wetter war schön und es war auch sehr heiß. Als wir erreichten unser Hotel, wir fanden unser Hotelzimmer. Ich habe mit Luise und Camilla gesläft. Das ist ein Gebilde von unserem Zimmer. Nach der wurden die Klasse sammeln. Wir nahmen die U-Bahn zu Brandenburger Zoo, die jüdischen Grabsteine und andere Sehenswürdigkeiten. Wir nahmen viele Bilder her und es war sehr Spaß. Am Abend ging ich zu einem Restaurant mit Camilla, Michaela, Johannes, Fie, Josefine, Mathilde und Luise. Wir warten eine Stunde auf unsere Pizzas, aber wenn sie kamen, es machen sehr gut. Wenn wir so richtig kamen, wir gingen ins Bett. Der erste Tag ist sehr gut gewesen. Heute haben wir das Dazier-Gefängnis gesehen und es war sehr spannend. Aber ich habe keine Bilder von das. Nach da fuhren wir zu der Türkischmarkt. Ich kaufte eine neue Uhr für nur 5 Euro. Dann fuhren wir zu Alexanderplatz und weiter nach Ritzersportmuseum, wo ich habe meine eigene Ritzersport mit Gummibärchen und Marshmallow gemacht. Es war sehr Spaß. In den Abend habe ich mit Camilla gegessen. Am Mittwoch habe ich angefangen mit zu fahren zum Alex-Plander-Platz und gehen in den Fernsehenturm mit Camilla, Christine, Josefine, Frederik, Mass und Kasper. Die Aussicht war wirklich gut. Am Mittwoch sind wir auch ins logische Garten gewesen. Wir sahen Löwen, Tiger, Bären, Vögel und so weiter. Und heute haben wir auch shoppen. Und warten, ich habe vergessen, Eastside Gallery. Donnerstag sind wir auf Orientierungslauf gewesen. Das war ein bisschen schwierig. Im Abend, wir haben Story of Berlin gesehen und nach da unser Klasse essen zusammen. Freitag fahren wir zu Hause. Es ist eine fantastische Reise gewesen. Ich will nie vergessen, ich nie vergessen will. Ich vermisse Berlin.